So meine Lieben, herzlich willkommen zum Video über Produzenten, Konsumentenrente und Gesamtwohlfahrt. Wir steigen direkt ein mit einem Beispiel vom Markt. Wir nehmen mal an, auf dem Markt wird verhandelt, da wird gefeilscht, da gibt es keine festen Preise und ein Konsument geht auf den Markt und möchte gerne ein Kilogramm Rindfleisch kaufen. Er wäre bereit, dafür 7 Euro zu zahlen und trifft dann auf einen Produzenten, der mindestens 2 Euro für dieses Kilogramm Rindfleisch erzielen möchte. Die beiden verhandeln und nach kurzer Zeit einigen sie sich auf einen Preis von 5 Euro für das Kilogramm. So, das ist jetzt für beide ein gutes Geschäft. Warum ist das so? Weil der Konsument wäre bereit gewesen, 7 Euro zu zahlen, zahlt 5 Euro, spart also 2 Euro. Das nennt man Konsumentenrente, also das quasi, was er gespart hat. Der Produzent, auf der anderen Seite, hat 3 Euro mehr eingenommen, als er mindestens haben wollte. Und das Ganze nennt sich dann Produzentenrente. So, soweit die Begriffe. Wie sieht das Ganze im Preismengendiagramm aus? Da können wir uns das nämlich auch mal anschauen. Wir sehen hier, wie gesagt, ein Preismengendiagramm. Wir sehen die Situation, dass der Konsument bereit gewesen wäre, 7 Euro zu zahlen. Das sehen wir hier markiert auf der grünen Nachfragekurve. Wir sehen, dass der Produzent mindestens 2 Euro haben möchte. Das sehen wir markiert auf der roten Angebotskurve. So, und dann sehen wir eben, bei 5 Euro wurde sich geeinigt. Und eben genau diese Differenz ist dann die Rente des Produzenten hier in orange oder die Rente des Konsumenten hier in lila. Warum profitieren jetzt beide? Das ist relativ einfach erklärt. Ja, denn die Zahlungsbereitschaft des Kunden ist höher als der Preis, den der Produzent mindestens für sein Produkt haben möchte. Dadurch profitiert der Produzent. Umgekehrt ist der Produzent aber bereit, einen niedrigeren Preis zu verlangen, als der Konsument maximal zu zahlen bereit gewesen wäre. Das heißt, auch der Konsument profitiert hier. Wie sieht es jetzt für andere Konsumenten- und Produzentenrente aus? Wir treffen jetzt mal hier eine unrealistische Annahme. Und zwar nehmen wir jetzt mal an, der Preis sei einfach für 5 Euro festgesetzt den Tag über. Wir machen uns jetzt keine weiteren Gedanken, warum das jetzt ist, sondern wir nehmen es einfach mal nur an. Es ist auf 5 Euro festgesetzt. Und jetzt überlegen wir uns, wie wirkt sich das auf dem Markt für die anderen Produzenten von Rindfleisch aus und auf die anderen Konsumenten. Und können uns das wieder im Preismengendiagramm anschauen. Also es wird einige Konsumenten geben, die von dieser Situation profitieren. Nämlich all jene, die bereit gewesen wären, mehr als diese 5 Euro zu zahlen. Das sehen wir hier als lilane Fläche ist dann die Rente der Konsumenten. Und auf dieser Nachfragekurve eben überhalb der 5 Euro liegen eben genau diese Konsumenten, die bereit gewesen wären, sogar einen höheren Preis zu zahlen. So, für die Produzenten sehen wir eben hier, sind viele, die einen Preis unter 5 Euro auch akzeptiert hätten. Und die profitieren es natürlich besonders. Denn wir haben dann hier eben die Situation, dass sie mehr Geld einnehmen, als sie eigentlich mindestens haben wollten. So, und das Ganze sieht man dann eben hier als Fläche. Die dreieckige Fläche ist dann die Konsumentenrente. Und dieses Trapez ist dann die Produzentenrente. Das heißt, die kann man dann tatsächlich auch ausrechnen, indem man hier den Flächeninhalt dieser Flächen jeweils bestimmt. So, jetzt machen wir uns vertraut mit der Gesamtwohlfahrt. Als Gesamtwohlfahrt verstehen wir die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente. Und für uns interessant ist natürlich immer, wann wird diese maximal? Weil wir wollen natürlich das Gesamtwohl fördern. Also überlegen wir uns, wann ist die Summe aus Konsumentenrente und Produzentenrente maximal? Noch einmal hier dieses Bild von eben, mit diesem festgesetzten Preis von 5 Euro. Und jetzt schauen wir uns mal die Situation an, wenn der Markt im Gleichgewicht ist. So, die Summe aus Konsumentenrente und Produzentenrente ist ja quasi auch die Summe der beiden Flächen. Und wir sehen, dass hier im Gleichgewicht, im Marktgleichgewicht, ist die Summe der Flächen höher, als hier, wenn der Markt eben nicht im Gleichgewicht ist. Weil wir sehen hier diese weiße Fläche, ja, die verlieren wir im Vergleich zum Marktgleichgewicht. So, das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass das Maximum der Gesamtwohlfahrt im Marktgleichgewicht erreicht ist. Aber wir haben uns noch nicht überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Gleichgewichtsmenge übersteigen. Ja, also wir haben bis jetzt immer links von der Gleichgewichtsmenge. Jetzt sind wir bei der Gleichgewichtsmenge. Was passiert denn, wenn jetzt die Produzenten mehr als die Gleichgewichtsmenge anbieten? So, wir schauen uns auch das im Preismengendiagramm nochmal an. So, rechts von der Gleichgewichtsmenge verändert sich die Situation jetzt grundlegend. Denn, wir sehen hier, die Nachfragekurve verläuft jetzt unterhalb der Angebotskurve. Das heißt, die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist jetzt niedriger als der Preis, den die Produzenten mindestens haben wollen. So, und das ist jetzt natürlich kein gutes Verhältnis mehr, denn jetzt profitieren nicht mehr beide. Wenn es jetzt hier zu einem Handel käme, dann würden sich zwar die Konsumenten freuen, weil sie hier ein Schnäppchen geschlagen haben, aber die Anbieter wären gezwungen gewesen, unter ihrem Mindestpreis zu verkaufen. Und deswegen müssen wir das von der Gesamtwohlfahrt wieder abziehen. So, das heißt, wenn wir uns rechts von der Gleichgewichtsmenge bewegen, dann sinkt die Gesamtwohlfahrt wieder. Und das ist jetzt eben genau die Erkenntnis, die uns dazu veranlasst, eben zu sagen, dass die Gesamtwohlfahrt genau dann maximal ist, wenn Gleichgewichtsmenge und Gleichgewichtspreis erreicht sind. Links davon ist sie niedriger, rechts davon ist sie auch niedriger. Also, Maximum genau beim Marktgleichgewicht. Und da haben wir fasziniert. Und da sind wir alle, wie bleibt, die Musik, die Musik vergrenzt werden müssen. Ich verwirte das, war nicht. Aber scharf, Moment. Dinge sind unsere mediosverhältnisse, wenn ich hier dismiss, richtig vereinsberichte dasでした. Ich verwirte das, was gut aufborough zu kommen, wenn wir das Hausf torturerin und das kleink مع palabras. Vielen Dank.